Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Von Samstag 14. Oktober bis Sonntag 15. Oktober finden in Neuwitt die alljährlichen, beliebten Markttage statt, die den Besuchern wieder viel Abwechslung, Information, Unterhaltung und Einkaufsvergnügen bieten. Organisiert werden die Markttage vom Aktionsforum Neuwitt und dem Neuwieder Stadtmarketing. Kulinarisch Interessierten eröffnet der Bauern- und Gourmetmarkt, der die Früchte des Herbstes in den Mittelpunkt rückt, vielfältige Möglichkeiten zum Genuss. Modebewusste, die einen Blick auf die aktuelle Herbst- und Wintermode werfen wollen, freuen sich über zusätzliche Shoppingstunden am verkaufsoffenen Sonntag. Einen nachhaltigen optischen Eindruck auf die Gäste macht zudem das historische Herlager der Neuwieder Ehrengarde, das an die Anfänge der Märkte und ihre Tradition in Neuwied erinnert. Mehr als 130 Stände in der Neuwieder Innenstadt präsentieren die bunte Vielfalt des Herbstes und erlauben mit einer großen Zahl von Dekoartikeln die farbenprächtige Jahreszeit in die eigenen vier Wände zu holen. Die Neuwieder Markttage sind eine Veranstaltung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. – Untertitelung des ZDF, 2020